Kommen wir zu unserem heutigen Gast auf der Mima-Couch. Der hat sich die Geschichte unserer Vorfahren genauer angeschaut. Wo liegen Europas Wurzeln? Als einer der weltweit führenden Archäogenetiker hat Johannes Krause zusammen mit Thomas Trappe dazu vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Die Reise unserer Gene, heißt es. Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Prax. Herr Krause sind Archäogenetiker. Das muss man erklären. Sie vergleichen sozusagen die DNA von menschlichen Überresten an verschiedenen Orten auf der Welt und ziehen dann ihre Schlüsse. Und jetzt haben Sie ja auch herausgefunden oder auch noch mal bestätigt, dass es Migration eigentlich immer gab. Das ist kein neues Phänomen. Wie sind Sie darauf gekommen? Woraus schließen Sie das? Ja, also wir untersuchen die Gene aus alten Knochen und können dann die Verwandtschaftsbeziehungen dieser Menschen aus der Vergangenheit mit anderen Menschen aus der Vergangenheit vergleichen oder den Menschen, die zum Beispiel noch heute leben. Und was wir dabei gesehen haben, ist, dass es immer wieder große genetische Umbrüche gab. Das heißt, das deutet darauf hin, dass es Einwanderungen gab, weil sich der Genpool der Menschen beispielsweise in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt plötzlich verändert hat. Häufig mit kulturellen Veränderungen. Zum Beispiel als der Ackerbau nach Europa kam, kam der nicht nur als Kultur, sondern mit Menschen. Da kamen neue Menschen, in dem Fall aus Anatolien, haben den Ackerbau hierher gebracht und haben die lokalen Jäger und Sammler verdrängt. Und solche Ereignisse sehen wir im Prinzip auf der ganzen Welt immer wieder. Und wir sehen sehr viel genetische Vermischung durch die im Prinzip letzten Jahrtausende. Da sprechen wir gleich noch mal weiter drüber. Jetzt blicken wir noch mal kurz auf Ihre Arbeit. So etwas hatte Europa noch nicht erlebt. Der Strom an Migranten, der über den Balkan ins Zentrum des Kontinents vordrang, markierte eine echte Zeitenwende. Mit diesen Worten beschreibt der Genetiker Johannes Krause nicht die Flüchtlingskrise 2015, sondern eine Migrationswelle vor 8000 Jahren. Bauern aus Anatolien wanderten damals nach Europa und brachten die Landwirtschaft mit. Johannes Krause ist Archäogenetiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Er und sein Team entschlüsseln das Erbgut jahrtausender alter Knochenfunde. Was verraten unsere Gene über uns? Welchen Einfluss hat das Klima? Woher kam die Pest? Alles Fragen, die in die Reise unserer Gene wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam beantwortet werden. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass es eigentlich keine Menschen mit rein europäischen Wurzeln gibt. Wir haben eben auch schon ein bisschen gesprochen. Heißt das, alle in Europa haben sozusagen Migrationshintergrund? Kann man im Prinzip schon so sagen, weil im Prinzip in jedem Europäer steckt heute zumindest die DNA der anatolischen Ackerbauern, die hier vor 8000 Jahren herkamen. Aber es gab auch eine zweite große Einwanderung, die uns genetisch sehr stark geprägt hat. Die erfolgt aus Zentralasien, aus der Pontischen Steppe, nördlich des Kaspischen Meeres, nördlich des Schwarzen Meeres. Und die kam vor so ungefähr 5000 Jahren mit Reitervölkern, die gerade das Pferd domestiziert hatten, die Rad und Wagen erfunden hatten. Und die kamen hierher und haben ihre Gene hier hinterlassen und haben sich mit den lokalen dann schon Ackerbauern vermischt. Und so ist im Prinzip so ein Potpourri entstanden, was wir heute Europäer nennen, was im Prinzip unterschiedliche genetische Komponenten hat. Mindestens drei, je nachdem, wo man in Europa ist, sogar noch ein bisschen mehr. In Spanien finden wir noch Gene aus Nordafrika, die mit den Arabern kamen im 7. Jahrhundert. Und in Nordeuropa finden wir beispielsweise dann noch sibirische Gene, die aus der Tuntra wahrscheinlich von Eskimos nach Nordeuropa gebracht wurden. Jetzt ist das ein absolut aktuelles Thema, wenn wir uns die Diskussion der letzten Jahre in Deutschland angucken. Das ist auch ein Grund, warum Sie das Buch jetzt vor kurzem rausgebracht haben, oder? Sie wollen sozusagen die Flüchtlingsdebatte einordnen. Inwiefern? Ja, wir wollten natürlich mit diesem Buch auch zeigen, dass Mobilität und Migration immer ein Teil der Menschheitsgeschichte war. Das ist nichts, was wir erst seit drei Jahren erleben. Das hat es immer gegeben. Und selbst wenn wir nun die kürzliche Geschichte Deutschlands schauen, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg 12 Millionen Menschen nach Deutschland aufgenommen. In den 60er, 70er Jahren kamen sehr viele Menschen aus Anatolien und Südeuropa nach Deutschland. 1990 kamen sehr viele Menschen aus Ostdeutschland nach Westdeutschland. Das heißt, Migration hat es im 20. Jahrhundert gegeben, das ist keine Frage. Aber natürlich auch massiv in der Vergangenheit. Sogar so massiv, wenn wir uns beispielsweise diese großen Migrationsströme anschauen vor 5.000 Jahren, vor 8.000 Jahren. Um etwas Ähnliches heute zu produzieren, bräuchten wir allein nach Deutschland eine Milliarde Einwanderer. So groß waren diese großen Flüchtlings- oder Migrationsbewegungen dieser Zeit. Das heißt, es ist überhaupt kein Vergleich zu den vielleicht 1,5 Millionen Menschen, die heute in Mitteleuropa Zuflucht suchen. Ich weiß gar nicht, ob wir in 1.000 Jahren in der Lage wären, die überhaupt zu detektieren, dass es die überhaupt gegeben hat. Weil bei 750 Millionen Menschen, die in Europa leben, machen quasi eine Million nur ein Tausendstel, quasi nur ein Bruchteil der Genetik aus. Sie haben auch vor kurzem eine jene Erklärung geschrieben mit Kollegen zusammen, wo es um den Begriff der Rasse geht. Es gibt ja keine menschlichen Rassen, die sind sozial konstruiert. Aber was sagen Sie Leuten, die sagen, naja, aber Menschen haben ja unterschiedliche Hautfarben. Das ist doch ein Ausdruck davon, das ist Rassengelbe. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Phänotypen. Und natürlich gibt es Variationen in der Welt. Und es gibt genetische Unterschiede auch. Allerdings sind die sehr gering. Es gibt viel mehr genetische Unterschiede innerhalb einer Population als zwischen den Populationen. Das sind sogar sehr, sehr wenige Unterschiede. Aber es gibt zum Beispiel Gene, die die Hautfarbe beeinflussen, die Menschen in bestimmten Gruppen auf der Welt eine dunklere Haut geben, was häufig eine Anpassung ist an die Region, in der sie leben, um sich zum Beispiel vor der Sonne zu schützen. Aber auch beispielsweise in Europa haben wir diese besonders helle Hautfarbe, die uns als Europäer auszeichnet auf der Welt. Und was unsere Analysen in den letzten Jahren gezeigt haben, ist, dass die erst vor 4.000 bis 5.000 Jahren so entstanden ist, wie wir sie heute haben. Das heißt, wenn man 10.000 Jahre zurückgeht, waren auch die Europäer dunkelhäutig. Sie sind erst hellhäutig geworden, als sie mit dem Ackerbau begonnen haben, weil sie so weit im Norden leben im Vergleich zum Rest der Welt, dass man als Ackerbauer, wo man wenig Fisch und Fleisch zu sich nimmt, sich anpassen musste an das Klima. Man hat hellere Haut bekommen, weil man in der Haut Vitamin D produziert. Das kann man über die Nahrung aufnehmen oder in der Haut produzieren. Wenn man allerdings dunkle Haut hat, produziert man weniger als helle Haut. Und da wir so weit im Norden leben, wo es wenig Licht gibt, musste man sich im Prinzip anpassen und hätte helle Haut bekommen. Auch der Europäer ist sozusagen erst ein kürzlicher, hellhäutiger Mensch. Und bis vor weniger 1.000 Jahren war die Europäer halt auch noch dunkelhäutig. Vielen Dank, dass Sie uns das erklärt haben. Johannes Krause, Archäogenetiker vom Max-Planck-Institut, der Direktor des Bereiches der Menschheitsgeschichte. Ihr neues Buch ist vor kurzem rausgekommen, die Reise unserer Gene. Vielen Dank für dieses Gespräch.